Sie kämpften um Titel. Jetzt kämpfen Sie um die Zukunft Ihres Landes. Klitschko. Die bewegende Doku. Am Sonntag, den 20. März. Bundesweit in über 500 Kinos. Sämtliche Einnahmen, auch die von nicht genutzten Tickets, gehen an Bildhilft.tv. Ein Herz für Kinder und unterstützen Kinderhilfsprojekte in der Ukraine. Deine Gelegenheit für eine Spende. Klitschko. Am 20. März. Untertitelung des ZDF, 2020